Ich habe mich gerade mal dazu entschieden, nicht mit Stäbchen zu essen gerade. Denn nein. Die Schuhe sind geil. Glaubt ihr, die hatte ich auch noch nicht. Hellgrüner Fischerhut, den habe ich auf jeden Fall. So. Das müsste unten sein. Ja. Oh mein Gott, es regnet. Es regnet. Es regnet. Ich frage mich, wo mein Stiefel sind. Es ist mir auch aufgeweint, als es regnet. Die Kürbisse brauchen wir leider, wie gesagt, noch. Dein Ernst. Ich schätze mal, wir machen jetzt auch noch so eine gute Stunde, Disney. Ja, ich weiß. Und danach werde ich wahrscheinlich... Ich muss hier direkt erstmal wieder da reinstecken. Dann werden wir auf Eurotrack wechseln. Weil zur Zeit gibt es wohl erstmal kürzer Streams wieder. In der Gesundheit geht es schon ein bisschen vor. Das, was von der Gesundheit vorhanden ist. Und deswegen... Und deswegen... Ja. Hm. So, ich hoffe, es regnet jetzt schön lange. Nein, da brauche ich nicht gießen. Nein, da brauche ich ihn nicht gießen. Hm. Später. So. Hier mache ich erstmal zwei Bahnen. Alles weg. Dann sind sie wieder neue Pflanzen rein. Und den Regen so lange ausnutzen, wie er da ist. Dann kann ich eigentlich hier hinten anfangen, ne? Ähm. So. Dann in einer Reihe runter. Da ist es jetzt ruhig,ß quant. Und dann kommt andere Waha qui. Da muss ich?」 Dann viel commitment. Und dann noch wieder. Ich dich ich ein bisschen noch grab' Da hier rechtvoll. Und das noch in der Junge los legally liebungsunie 기welt, Und dann noch etwas kriege ist. Wenn Sie kommen Leute vor. Och dann zusammen. wer war das? Das ist eine ganz schöne Bahn. Kannst du dein Level ab, den Später haben? Toll. Oh Gott, das sind mir gerade so viele. So viel Arbeit ab, dieser Regen. Schön. Okay. 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 Oh, tsch. Es soll mal schön weiter regnen. Und dann reden wir am besten gleich einmal kurz mit Wally. So, das finde ich auch immer mit. Da? So. 10.000 wären das hier. Okay. Verkaufen. 30.000. Dann werde ich das einmal auf Häuserstupe. Geht das auch voran? Du, repariere Häuser. Verbessere dein Haus. Verbessere Remy's Restaurant. Mit deinem Haus räumen hinzu. Verkaufen die Leitpflichten ab. Wallys Garten. Verbessere Vajanas Boot. Okay, Stände habe ich schon so weit repariert. Wallys Garten. Wie viel sind das denn? 20.000. 20.000. Na komm. Was soll der Geiz? Und was kommt danach? 30.000. 30.000. Freundlichen Dank. Mhm. Stoff. Das muss ich einmal gucken. Habe ich jetzt genug Stoff? Ja. Hab ich. Aber erstmal mit Wally reden. Die ist klar, dass du mit mir sprechen willst. Nö. Eigentlich nicht. Hallo Wally. Okay. Oh. Die seltsame Maschine, die wir repariert haben, hat eine weitere Erinnerung gefunden. Seine Erinnerung an dich, wie du mit Ariel Dinge getauscht hast. Ihr kanntet euch. Wow. Wally. Ich wette, du willst mit dir reden. Folge mir. Okay. Reinigte Nachtscherben. Hi Wally. Könntest du mir einen Gefallen tun? Äh. Und diese Scherben zum Pulver zu malen? Gepfeift. Tada. Danke Wally. Gepfeift. Gepie. Okay. Wir vollständigen das Rezept Schneeball. Wie kriege ich denn da so mal Schneebälle her? Eisegehöhlen. Wie kriegt man denn Schneebälle? Also einen habe ich. Ich habe ihn. Brauchte ich dafür das hier? Ja. Okay. Da brauche ich dann jemanden für, der mit mir gräbt. Würde ich dann also eher Christoph oder Gotel überlassen. Mhm. Gut. Was habe ich denn? Ich wohne über die Erinnerung. Ja, ja, wie gesagt, das mit dem Buddeln. Das würde ich jetzt zwar gerne machen. Brauche ich aber wen anderes für. Das will ich nicht mit ihr machen. So, dann können wir einfach mal ihre Aufgabe annehmen. Ja, ich helfe gern. Ich weiß nicht, ob es den Krupp ist. Ich weiß nicht, ob es den Krupp ist, ob es den Krupp ist, ob es den Krupp ist, ob es den Krupp ist. Furchtbar. Hast du mal kurz Zeit? Ja. Da hat mich nicht zurückerinnert, erinnere ich mich an vieles. Zum Beispiel an meinen Lieblingsausblick über das Tal und an eine Abkürzung durch das Dorf. Ich habe mich auch daran erinnert, wo ich dieses magische Truhe versteckt hatte. Es muss etwas Wichtiges drin sein. Ich kriege sie nicht auf. Deshalb glaube ich, dass sie magisch ist. Und du bist auch magisch. Vielleicht kannst du sie öffnen. Okay. Hier ist es. Danke, Krupp. Na. Äh. Als du diese Truhe geöffnet hast, habe ich mich an etwas erinnert. Da war eine Tür, aber ich weiß nicht wo. Ich erinnere mich auch an einen Teil eines Rätsels. Es ging so. Geschützte Türme wirst du sehen. Daran für alte und neu eine Tür wird stehen. Das hört sich gut an, als ob irgendwo eine Geheimtür ist. Kannst du mir helfen, die zu finden? Jupp. Oh wow, Geheimtür willkommen. Bis bald. Okay, ähm. Ist das auch seine letzte? Sammlung. Gab's denn bei ihm? Ja. Wäre auch seine letzte Quest. Oh. 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 Mm. Oh. 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 Okay. Okay. Ja. Okay. Vielleicht kriegen wir sein Rätsel noch fertig. Bevor die Zeit um ist. Haben wir noch eine halbe Stunde. Was würde ich denn jetzt machen? Ich finde die Galentür mit Mikis Erinnerung. Ich glaube, ich weiß sogar, wo sie ist. Bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich habe ja, was sowas angeht, ganz gutes Gedächtnis. Naja, von Türmen und so die Rede war. Und das ist ja das einzige Ding, wo Türmen ist. Jetzt nur die Frage. Was hier? Ist es hier? Scheinbar. Okay. Hallo du! Jetzt erinnere ich mich an den Rest des Rätsels. Es geht so. Geschütze und Türme wirst du sehen. Darin für alt und neu eine Tür wird stehen. Kein bekannter Schlüssel wird gebraucht. Allein zum Öffnen der Tür finde passende Steine. Welche Art von Steinen könnte sich dabei handeln? Hey, sieh nur. Die Tür hat Löcher, die wie Juwelen geformt sind. Vielleicht sind Edelsteine gemeint. Was? Mh? Ähm. So, nochmal mit Miki sprechen? Hey, du! Das komplette Ging... Achso. Ja. Jetzt um die Geheimtür zu öffnen. Also ich gehe mal von aus. Blau, rosa... Okay. Ähm. Ich gehe mal von aus. Granate. Granate. Zitrine wird benötigt. Zitrine wird benötigt. Hallo Niklas! Ich atme. Ich bin wach. Das ist mein Zustand. Ich hoffe dir geht's gut. Zitrine, Granate... ähm... Granat, Thomalin und Aquamarine wahrscheinlich. Okay, ich muss auf Steine suche gehen. Da kann Mini ruhig dabei sein. Das ist jetzt nochmal die Frage. Wo waren welche? Schallener Strand, weiter Tapferkeit. Richtung des Vertrauens, Hauptplatz. Okay. In Hanamazaki. Wie geht's? Schön, dass ihr reinschaut. Jüchteinchen. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich hab leider auch keine aufgespart dafür. Ich bin mir noch nicht sicher, wie geht's denn auch? Können wir uns zusammen tun. Das ist ein Tupass. Tupass brauch ich nicht. Da ist unser ein Stein. Der ist unser ein Steinchen. Kann ich noch was ernten? Nee. Oh, ich muss gießen. Oh, kann es nicht nochmal regnen? War so schön für meine Pflanzen. Oh, ich weiß nicht. Das ist unser ein Steinchen. Oh, was soll ich das? Das ist ein bisschen geholfen. Oh, das ist ein bisschen nehm. dann gehe ich jetzt erst mal zum strand runter das ist ein grüner steine brauche nicht wenn ich ein bisschen kopf hier ab da ist mein blauer stein dann muss ich die arbeit von chef übernehmen ohne dass er mir über die tut er guckt dann auf der einen seite freue ich mich aber auf der anderen seite bin ich bereitsteig dass man dabei ist aber irgendwann muss ich das wurde auch mal übernehmen ja aber das schaffst du ich schaffst du wird muss ich gucken das habe ich das habe ich lichtung des vertrauens so eine geebner einzige höhe und so eine geebner erst mal die lichtung wenn du gehe ich gleich noch mal kurz hoch und meine kopfte blätter irgendwie ouch ich will gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen autarka durchspielen und aber fehler sind menschlich aber das wirst du sehen das wirst du sehen vielleicht ist es ja auch ganz ganz toll und du machst gar keine fehler auch möglich aber fehler sind ja auch da um daraus zu lernen sozusagen gut manche länder gar nicht raus aber ja das ist die besondere art mensch ne還有 ich brauche Steinchen Steinchen Steinchen, Steinchen, Steinchen Steinchen, 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 Steinchen Springes steinchen kopfwesel ich bin das nervigste was es gibt bin ich gut hier waren keine steinchen bei ich gehe auch mal von aus dass ich alle gleichzeitig sammeln muss hier hinten war glaube ich nichts warum habe ich die steine von verkauft ja gut aber dann ist ja gut wenn man daraus lernt wie gesagt es gibt auch die sorte mensch dieheit nicht groß lernt die fehler hat auch noch nicht wein sieht deswegen weder sind sowieso dazu da und auszulernen kein mensch ist fehlerfrei auch wenn es manche immer noch baupen steine 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 das ist der falsche stein da hinten du bist der falsche stein das ist ja eigentlich ich habe einen dunklen kristall aufgesammelt ist das gut oder schlecht aber ich muss aber gleich noch mal ganz kurz wohin nehmen am besten gleich direkte kopfschmerztablette ok den stein habe ich auch den brauche ich dann doch nicht weil das sind doch die und dort die steine meine andere steine in der farbe gibt es nicht na gut es sei denn na doch es könnte das mag doch sein nee nee den grünen wollten wir sowieso nicht richtig er war richtig der war richtig warum ist der nicht richtig rot oder orange bräuchte ich noch außer es ist der glänzende granat dann kann das aber eine ganze weile dauern glänzende kommt nicht so oft naja ich gehe jetzt noch einmal kurz gießen und dann wechseln wir das spiel ja jetzt noch um stundenhandeln es hat leider auch nicht mal geregnet also zweimal gießen es muss selbst wenn es regnet wie heißt denn hier kommt und dann gibt es um ja ich bin jetzt eine kleine 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 aber ich habe die ganze kleine 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 er wird sehen ich habe nur nichts mehr zum essen ich hoffe die kaum wohnen reichen sagen wir mal für das fällt hier reicht auf jeden fall jetzt einmal zum anderen feld dann haben wir es dann kann ich meine lkw ist wieder zu bode fahren die armen dinge dort abend kann ich dann schön ernten doch lustig halt vier stunden für so blöde kürbisse heftig so wunderbar dann einmal speichern und einmal spiel verlassen ja das kann ja mal schließen ich bleibe am besten gleich erst bei dem modus welch kann leider da nicht mehr raus haben deswegen hoffe ich dass ich da jetzt auch nichts umstellen muss sondern dass sich das bild selbst daran gewöhnt simulatoren sind mir immer so ein bisschen meh yes you Bis zum nächsten Mal.